Einen wunderschönen guten Morgen hier zurück zu DayZ. Wir haben jetzt hier ganz kurz gerastet in der Hütte, auf dem Weg zum großen Military Affield. Es wurde dunkel, ja, ich habe dann gesagt, wir machen hier erstmal ein Bäuschen. Ich raste hier und dann geht es weiter. Es ist noch zu dunkel für euch, ihr könnt ja da nichts sehen. Jetzt habe ich abgewartet und der Morgen bricht auf und während ich schon ein bisschen in meinem Inventar rumgekrügelt habe und aufgeräumt habe, habe ich mitbekommen, dass ich in meiner erste Hilftasche hier unten sechs Kugeln hatte, also Magazin habe für meine Pistole. Und ja, das habe ich, das habe ich wieder gefreut. Jetzt müssen wir nur noch gucken, ob ich für die andere Waffen noch ein Monizont kriege. Vielleicht werde ich die Maschinenpistole wegschmeißen, eventuell. Ah, ich habe ja noch so viel, ich glaube, ich habe ja hier 39 von 80, 20 von 20, na gut. Hier habe ich 59 von 60, ach Quatsch, das ist die Waffe. Hier 20 von 20, ich hatte nur irgendwo noch, ich hatte nur noch Platz. Na gut, aber es ist trotzdem einiges, was uns noch so zum Sammeln bietet. So, jetzt werden wir an die Straße weiter folgen, wir sind fast da. Also wir kommen jetzt noch an, ich gehe wieder rein. Wir kommen jetzt noch an zwei Orten. Oder? Ja, eigentlich ein Drei, also eine kleine Stadt, eine größere Stadt und dann wieder so ein Dörfchen. Wir müssen runterlaufen, wir kamen von da oben, ne. Ja, die Hütte war bei mir auf der rechten Seite, genau. Genau. So, dann werden wir jetzt weiter rennen und meine ich, ich habe mich ein bisschen weiter belesen so und meine Bandai sind ja dreckig, das habe ich ja schon gesehen. Und man sollte die nicht nutzen, wenn die dreckig sind. Das heißt, ich müsste die, hier unten rechts, die, ich müsste die irgendwie sauber kriegen. Ich nehme an, ich muss zum Fluss oder so und die sauber waschen können. Dann habe ich mich noch belesen, dass man mit einem Sack und mit Gras seine Waffe tarnen kann. Ob das jetzt hier auch so ist, weiß ich nicht. Oh mein Gott, was ist das für eine Ortschaft? New Jobber oder so müsste es sein. Angrenzen, Entendung, eine Ortschaft. Angrenzen eines Drei Soba. Keine Ahnung, ob wie. Zwei Nebenstätten. Oh mein Gott. Ich nehme die Pistole in die Hand. Aber wie soll man denn visieren, laufen, sprechen gleichzeitig? Jetzt weiß ich nicht, ob ich mich da großartig aufhalten werde. Genau, da hier vorne ist der Berg. Eigentlich könnten wir da vor uns hier auf dem Felsen, dann müsste man so leicht nach links, dann ist man schon da. Ich bleib auf der Straße. Oh mein, die Sonne kommt. Ich bleib auf dem Felsen, dann ist der Sonnenaufgang. So. So. New Org was. Sonst müssen zwei Wörter sein hier. Genau. Genau. Da ist ein Zombie. Ich würde mal ganz kurz hier gucken gehen. Gibt es hier ein Brunnen? Hier ist es offen. Ich habe so Schiss, dass irgendwann irgendwo mal hinter einem Raum irgendeiner sitzt. Und das war's mit mir. Da ist eine Polizeistation. Vor uns. Los, kommen Patronen, Patronen. BK, ist das die Wummel? Ist das, passt die da drauf? Eine 12 GA. Ich glaube nicht, dass das ein SD ist. Ich glaube nicht, dass das ein SD ist. Wie lebt mein Name? Mit Ferg oder nicht? Ich glaube nicht, dass es die ist. Aber Schrott, passt doch. Immer drauf. Das ist eine Kiste. Nehmen Sie erst mal mit. Oder her? Gehen Sie, inverse. lite. Ich verstehe. Für uns nichts können. Zu besuchen, was die Ker conceptualisiert ist! Nachbarn. Was, euer doch das Problem… Hier ist ein Baum. Ich musste meine Hände irgendwie leer kriegen. Ach komm, scheiß drauf, ich hab genug zu essen. Was gehen wir jetzt mal? Wo sind denn die Zummien? Da. Mann, das sind zwei. Drei. Gibt es einen Hintereingang? Da ist noch eins. Da ist noch eins. Da! Wie viele Züge sind denn da? Hey, zwei uns angreifen, das ist mal im Arsch. Jetzt kann man nur hoffen, dass hier keins ist. Hier liegt schon einiges. Patronen, Patronen, Inventar, loskommen. Was ist das? Was ist das denn? Ach so, wozu braucht man die denn? Wieso braucht man das denn zum Pferen? Was ist das denn? Nein, scheiße. Auf jeden Fall haben wir mehr Kugeln. Ich habe das zweimal. Da ist nichts drin. Könnte man eigentlich ablegen. Wo sind unsere Kugeln hin? Oh, in der Tasche oder was. Keine Ahnung. Oh, wo sind sie? Wo liegen die noch hier? Warum geknallt ist immer, wenn ich was aufnehme? Eben war kein Gewitter draußen. Deine Knie sind richtig gewesen. Ich brauche Patronen. Patronen, Patronen. Ich brauche mal an. Ich brauche mal an. Oh mein Gott, die Trappe sieht nicht gesund aus. All die Patronen. Noch mehr. Oh. Und kleine Patronen. Wo sind die denn, die kleinen Patronen? Oh mein Gott. Da sieht noch was. Die Batterie. Ein Scope. Für eine Pistole. Ja, so, die nächste Frage ist. Kring kann ich draufziehen? Eine Taschenlampen. Für eine Pistole. Taschenlampe. Ne, danke. So, wo können wir denn jetzt hin? Mal gucken. Mal gucken. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir heile rauskommen. Ich muss was trinken. Hier ist dann noch irgendwas. Das sind noch zweierlei Sachen. Tabletten. Tabletten und. Und noch irgendwas. Ach so, dass ich mein Magazin weggeschmissen habe. Wo ist jetzt die Hintertür gewesen? Da. Oh mein Gott, der bleibt stehen. Nein, nein, ist gut. Das ist noch eins. Oh mein Gott. Alles gut. Hier gibt es nichts zu sehen. Das Wasser. Kann mal trinken. Oder es kommt ein Bus und ich bin tot. Also ich finde es schön, dass hier kaum einer, der hier spielt. Sondern einfach ein bisschen Zeit. Trinken. Ähm. Ähm. So für sich zu sein. So ein bisschen das. Schauen wir mal. Da kommt einer. Muss noch einmal trinken. So. Ich habe eine Schrotflinte. Aber ich. Ich glaube nicht so, dass sie rein passen. Das muss eine 12er A Schrotflinte sein. So wie die Patronen heißen. So. So. Ich bin der Meinung, dass alle Patronen, also die Schrotbags eigentlich alle schlucken. Hätte ich jetzt so. gedacht. Hier noch was Tolles drinne. aber ich liebe städte kann es noch nicht suchen die zombies nerven halt das macht die sache ein bisschen kniffliger wir sind jetzt nicht in dieses haus reingehen aber vielleicht bereuen wir es ich glaube in kirchen war nie was drin kirchen kann man knicken aber man hier reingucken es bringt uns nichts das ist eine lagerhalle er müsste man hier rechts ich würde schon sagen wir sind zauber ohne rucksack hat der mehr als meins die gleichen hat der was trennen er hat eine knarre drin oder es ist meine hand knarre es ist meine gewesen ich dachte schon mensch eine textur vom bauernhof da hat man nicht immer vielleicht bin ich ja hier in sack da ist ein zombie das ist noch ein zombie und so ich brauche ein schleifstein das ist ein gutes objekt da vor uns ich muss darf den weg nicht vergessen wo ich herkommen das ist gut ich weiß nicht aber sie bis zum militärische aus So, hier kamen. Was blaues. Das war es schon. Jetzt wieder zurück. Oh, ich dachte, liegt eine Handgranate. Das war eine Mütze. Schuhe. Oh. 14. Was macht mein Hammer? 12. Nee, nee, danke. Hammer will ich, äh, die Hacke will ich nicht. Die ist so schwer. So, geh mal zurück zur Hauptstraße. Was ist die hier? Das ist die Hauptstraße, ne? Ja, da waren wir ja ganz kurz schon, ne? Genau. Das ist die Hauptstraße hier. Mh, 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 mh. Mhm. Komm mir schnell noch mit dir. ich finde eine grüne hose und sich das hier hoch zu gehen ich weiß nämlich nicht wie meine schiene kraftet so das letzte haus und dann gehen wir weiter das ist eine sportjacke so die hauptstraße ist die wo ich mich befinde ja gut gehen wir die nächste ortschaft rein ich muss was trinken ja war doch mal nicht so verkehrt mit der schrift stelle war ich jetzt nicht so ach vier ist doch nachladen oder lädt der automatisch nach ok ok nachladen ist anvisieren und dreieck drücken das land mal alles nach ich bin so es ist wie bei ok das ist die last of us das hat sieben ne sechs ich habe es herausgefunden wie man nachlädt das ist so viel die wache egal ok wir kommen jetzt in die nächsten ortschaft müsste ich jetzt da gibt es ein anhaltspunkt mit doch nicht danach die ortschaft gibt es ein anhaltspunkt eigentlich wichtig dass hier umlaufen das wird der ich eigentlich kann ich noch nicht weiß nicht haben es eine schrutt patron weg eine reserve und stormgewehr ich habe so man kann nicht schlecht von alten sachen trennen ich will eine rosa rein feiere ich mein leben jetzt schon ab im spiel ich glaube nicht dass in der fabrik auch was gutes ist in der fabrik auch wenn der patroon sein ich glaube nicht ich kann es doch nicht das kür hier Es ist ein Rapp, oder kann ich mehr? Ja. Ich kann mehr rein tun. Hier sind Kühe. Zombie-Kühe. Kühe hat zwei Sorte, ja genau. Alter, sind sie in so einem Lock gefangen. Was ist mit den Kühen? Ich bin übel so gut ausgerüstet. Jetzt nur noch eine schicke rosa, eine grüne. Teddy. Nicht der Teddy. Ist das ein Glücksbärschi, oder? Werden wir links oder rechts lang laufen? Ich glaube ja, links. Alter, was ist denn da los? Mich plagt die Neugier. So sind die Menschen. Lella, genau. Ich werde links lang laufen. Gibt es hier noch Kühe? Gibt es hier noch Kühe? Ich werde mit dem ab. Ich bin der Nachricht. Ich bin der Nachricht.